Vater, ich bitte um Hilfe, genau hier und jetzt in deiner Gegenwart da zu sein, meinen Geist klar und offen für dich auszurichten. Nur hier in dir bin ich zu Hause, hier werde ich gebraucht, hier will deine Liebe gegeben werden, hier will sich dein Frieden entfalten und sich all deine Freude und dein Vertrauen ausdehnen. Vater, deine Gewissheit genügt, du zeigst mir meinen angestammten Platz als Mitschöpfer des gesamten Universums. Christi Schau ist gekommen, heißt mich willkommen und zeigt mir, dass ich daheim bin in dir. Ich will mich in nichts mehr verweigern und dir zur Verfügung stehen für die Ganzheit und Vollständigkeit, damit sich deine Gaben durch mich mehren mögen. Amen. 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 Vielen Dank.